Hallo zusammen, ich bin Remu von bikebox.ch und ich zeige euch heute den Bergstrom ATV 949. Bergstrom ist eine Schweizer Marke. Er macht es sehr sympathisch, wird sehr gut ingeniert, wird entwickelt, wird in unseren Bergen Proben gefahren und dann produziert. Bergstrom rüsten seine E-Bike immer mit Shimano Motoren aus. Genau so ist das hier auch der Fall. Wir haben einen Shimano Motor, einen Shimano Akku und natürlich auch ein Shimano Display. Speziell bei Shimano bei Bergstrom ist, dass wir eine sehr kleine Öffnung für einen Akku haben. Wir haben speziell einen Snake Akku, wie der heisst. Das heisst, es sind einzelne Akku-Teile, die man knicken kann und die hier dann durch die kleine Öffnung rausnehmen kann. Warum ist es gut eine kleine Öffnung zu haben? Ganz einfach, je kleiner es in der Rahmen aufzuschneiden, desto steifer wird der Rahmen. Geschalten und gebremsen wird hier auch mit Shimano. Wir haben eine 11-Gang Shimano-Schaltung. Hinterher ein Kettelplatz vorne, komplette Bremsanlage, ebenfalls alles Shimano. Das Velo hier rollt mit 29 Zolleraden den Berg auf und ab. Pneuen sind in Schwalbein noch wenig drauf, vorne wie hinten. Wenn ihr so ein Mal live schauen wollt oder Probe fahren, kommt vorbei. Wir sind für euch da. Danke und bis dann.